Hallo, wie kann ich euch helfen, Jungs? Ich will Eiscreme! Alles klar! Welche Sorte willst du haben? Ich will Dächter! Äh, was? Blau, bitte! Blau, was? Ich will Blauuu! Was? Ich will Lila! Lila, was? Sprich bitte etwas Leiter, man hört dich! Ja, ich würde dich kitzeln! Was zum Teufel, geh runter von dir! Ich weiß, du bist kitzelig an den Riesen-Agen! Äh, nein, nein! Ich will Himbeam! Was zum Teufel stimmt mit euch Idioten denn nicht? Okay, tschüss!